Musik 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 Was? Stee So, das war das Bange, denn wir haben das beste Scheid auf der Bühne, wir haben das beste Scheid auf der Brauch. Bitte wieder aufpassen auf der gesamten Rundfahrt. Drei Damen, Carolina Petra, Nina Glantner, Ramona Ufeller, Monika Malle, Stabine Ferreira, Ege Kreisler und Valentina Naranowitsch. Tolles Wetter für die Springer, aber auch für die Lieferstehler, die sind mit der Bühne, der Bühne, die sind bis 1.000 Meter lang, das sieht doch aus. Auch ein tolles Wetter, den Frau. Die haben heute gerade eine Kaffe, die sich über hier der Firma erzielt hat, und die Safir, die Jalführung auf der Bühne sitzt ja eine ganz starke Cheynerin. Wir haben heute kurz weg, so wenig tolle Leichterinnen, der ist heute Reinkreiser dran. Wo wir uns jetzt wieder hier gefahren, als noch 100 Meter mit der Bühne. Hey! Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön.